So, wir kriegen jetzt schon mal eine kurze Ansammlung an Holz. Jäger besorgen wir zwei, damit wir auch mal Essen haben. Wir werden hier auch gleich wieder die Fischer hinsetzen. Da können wir ihn sogar schon bauen, einen Förster, damit das hier mit dem ganzen Holz schneller geht. Ein Händler besucht ein Dorf. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt ein bisschen alles schneller hin, bevor die Zeit abläuft. Anscheinend darf Sommer nicht werden, wenn ich das jetzt richtig beobachtet habe. Heißt auch, dass wir immer uns um alles kümmern müssen, hier Stein kommt nicht hinterher. Ach, wir haben vergessen, da welche reinzutun. So, zwei da rein, Förster müsste auch bald soweit sein, der wird auch gut gebaut. So, hier, wie sieht es hier aus mit dem Lager? Ja, sieht okay aus. Das Lager sieht auch alles in Ordnung aus, da ist das Fleisch noch Maximum drin, das ist sehr schön. Das heißt, so schnell verhungern wir noch nicht. Ein Bau wurde vollendet. Sehr gut, da kommt ein Förster rein. Ein Händler besucht dein Dorf. Naja, Händler soll ruhig mein Dorf besuchen, aber ich brauche, bzw. ich habe jetzt erstmal nichts. Ne, ich brauche jetzt erstmal andere Sachen. Ne, ich brauche jetzt wieder nur warten, bis ich Rohstoffe habe. 30 und 20. Ein Händler besucht dein Dorf. Ein Bau wurde vollendet. Sehr gut, zwei Fischereien. Oh, es gibt nur einer, wir haben sonst kein, keine Leute. Ja, die schlafen auch noch alle draußen, das ist das Problem. Ey, 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 jetzt müssen wir uns echt machen. Ein Kind wurde geboren. Warte mal, wir können ja beim Händler die fehlenden 5, ah, kaufen. Ja, das waren noch 5. Jo. Dann kaufen wir uns hier 14. Ne, das war der falsche. Der, der hat nur Holz, schade. Okay, dann haben wir Stein, aber jetzt fehlt noch das Holz. Du. Ein Händler besucht dein Dorf. So, beschleunigen wir das einfach mal das Ganze. Indem wir das einfach kaufen. Ja, wie jedes Mal, wenn die den Stand da aufmachen, müssen die uns 10 Gold zahlen, damit sie da stehen dürfen. Und es sind, glaube ich, bis zu 4 Stück können da stehen. Also haben wir da eigentlich keinen Mangel oder sonst irgendein Problem. Ähm, dann überspringen wir nämlich die Mine und holen uns erstmal ein großes Haus, damit die Leute da drin wohnen können. Ein Händler besucht dein Dorf. Und wieder klirr, ich höre gleich das Geld. Zack, da ist das Geld wieder. Ja, wir brauchen Holz. Was wir kaufen können? Kaufen wir. Gut. Jetzt noch 8. Ja, Leute, wo bleibt denn das Holz hier? Jaaaa. Sollts nur fällen. Weiter, weiter, wir brauchen mehr Holz. Hier, komm, weiter, 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 weiter. Hier, komm, 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 komm. Mehr Holz. Ein Händler besucht dein Dorf. Ja, ja. Drei Tage vor Sommer. Wo schon Tag, Nacht, Tag, Nacht ist hier. So, 27, komm, schon mehr. Muss alles hier weg, hier, komm. Bisschen, bisschen flatt in das nicht immer. So. So, Ding können wir bauen, wird gebaut. Zack, fertig. Okay, wir haben anscheinend zu wenig Arbeit da. Wir setzen hier einmal wieder runter. So. Und hier. Und hier. Auch. So. So. Na, kommt schon. Ein Händler besucht dein Dorf. Umso schneller könnte er da auch drin wohnen. Also hier, hopp, hopp, yeah. Das sind aber echt viele Vögel. Die süppeln den Brunnen ja auch wahnsinnig schnell leer. Ich hoffe zumindest, dass das eine eigene Quelle kriegt. Das Ding hier anstatt die hier ebenfalls das gleiche. Wenig Grundwasser, wenn es nicht regnet. So, gucken wir mal hier mal, was brauchen wir denn dafür. 30 und 20. Ja, das haben wir auch fast. Können wir schon das nächste gleich wählen. Ein Bau wurde vollendet. Ein Händler besucht dein Dorf. Und sie werden wir ausgebrochen. Ein Händler besucht sein. Dann haben wir noch das ganze Transport. Ich muss ein Händler besucht sein. Ja, wir müssen jetzt auch einfach mal rein. Also wir können schon bauen. Das ist gut, wollen wir gar nicht. Wir müssen jetzt auch weiter kaufen. Ach, das ist nicht schön. ich will das noch mal abbrechen 600 und 600 okay das ist kein unterschied okay okay gut ding ist drauf zwei fischer damit mehr fisch hier kommt hier sind dann acht erwachsen plus die drei kinder das heißt wenn wir das bauen sind es erstmal auch genug sehr gut ein bau wurde vollendet sägemühle aber dafür brauchen wir erst mal eine mine stimmt sehr schön sind jetzt die beiden zu hause teke brauchen wir nicht wirklich steinnetz keine arbeiter ich musste ein händler besucht ein dorf scheiß drauf so was brauchen wir denn für sägemühle zehn eisen ein bau wurde vollendet ein kind wurde geboren speichern wir einfach mal alles klar weil es dieses auto safe ich habe jetzt das erste mal selber richtig gespeichert sonst gab es immer dieses auto safe und ich weiß ja nicht immer wie alt das immer ist und wenn das mal abschmiert ich weiß ja nicht es ist bis jetzt noch nicht abgeschmiert deswegen gehe ich immer auf nummer sicher hier haben wir auf jeden fall jede menge fisch das ist sehr gut dann werden wir nicht so schnell verhungern hört sich an hier haben sie erlegt da auch sehr schön das funktioniert dann noch alles wunderbar hier hat auch noch jede menge zu tun der her hat er Ein Händler besucht dein Dorf. Ein Kind auch noch. Jo. Das läuft richtig gut, nur sollten die mehr bauen. Dafür haben wir aber zu wenig Erwachsene. Ich bin jetzt überlegen. Wir holen den Lama-Typ wieder weg. Der muss auch noch bauen. Geht sonst nicht anders. Ein Händler besucht dein Dorf. Okay, von den Händlern kriegen wir jetzt auch ganz gut Gold. Der Baum scheint gar nicht voranzugehen. Die auch nicht so richtig. Das dauert mir irgendwie ein bisschen zu lang. Doch, der soll erstmal nur abernten hier und dann kann er erstmal... Okay, hier ist auch genug vorhanden. Also geholt wird auf jeden Fall genug. Und jetzt solltest du das hier in der Steigen. Nein, es sinkt. Okay. Jetzt steigt es wieder. Jetzt sinkt es wieder. Hier. Oh, nicht größer. Hier. Ein Händler besucht dein Dorf. Ja, sie haben ja auch eigentlich hier auch noch was, ne? Also so ist es ja auch nicht. So. Zeigen sie mal her, mein Herr. So, 45 Holz. Ich hab kaum beduldet, ich will jetzt das verdammte Holz haben. Hier schön holzen mal, kommt schon. Ein Händler besucht dein Dorf. Geil, die ist geboren worden, beziehungsweise wird gleich abgeworfen. Juch, wir können jetzt das Ding bauen, sehr schön. Dann haben wir schon das nächste, den Stall, der wird auch noch gebaut. Die Schmiede, also die Mine meine ich, die wird auch noch gebaut. Ist auch noch nicht fertig. Aber durch die Händler können wir das beschleunigen. Und ich befürchte, ne, wir haben immer noch drei Tage. Ich weiß nicht genau, wie man das hier errichten soll. Wie viel Zeit man noch hat, wenn er immer noch drei Tage steht. So, bockt man ein bisschen schneller hier, kommt schon. So, jetzt dürfen sie pflanzen und ernten. Das ist schon mal bedeutend besser als das andere. Also wo die sich zu essen holen, das ist ganz weit. Die laufen ganz weit, wo ich, das finde ich wahnsinnig gut, das ist auf jeden Fall ein Plus. Bei einem Spiel, wo es ja nicht so funktioniert, ist Valhalla Hills gewesen. Die sind dann wirklich nur in so einem ganz kleinen Umfeld geblieben und sind nicht weiter gegangen zum Essen und sind dann da verreckt, obwohl nur zwei Millimeter weiter, so drei Pixel vielleicht, nur ein Stück weiter halt von ihrem, außerhalb ihrem Kreis, was zu essen war. Das fand ich wirklich, also deswegen finde ich das hier wahnsinnig gut, muss ich sagen. So wie es auch aussieht, sind die Häuser ja alle voll. Wir müssen oder wir sollten noch mal ein Häuschen bauen oder so. Ein Händler besucht dein Dorf. Ja, ein Händler kann euch mein Dorf besuchen, das ist mir egal. Ich muss hier Sachen bauen. Also die kommen zwar mit den anderen Sachen hier nicht voran, aber ich baue trotzdem schon mal das nächste Gebäude. Ja, läuft, ne? So, jetzt heißt es wieder warten. Gucken wir mal, hier sind immer noch drei Tage. Also ich denke, es geht hier oben gleich ganz dringend nur um den Bauern, damit der Getreide anbaut, dass die Taverne das bekommt und das ist dann mein Hauptziel. Ich kann zwar noch ein zweites Feld machen, aber auch dann zweiten Bauern denke ich. So, drei Hühner, die verbreiten sich jetzt hier und ich lasse die Eier einfach legen, ich mache da einfach nichts mehr. Hier haben wir auch noch voll und hier, wie sieht das Lager aus? Boah, Kraut und Rüben, eigentlich fast gar nichts, bis auf einen Stein. Okay, das ist halb fertig, das ist halb fertig, das ist sehr schön. Wie geht's denn dem Händler hier? Zeig mal an, was hast du so? Futtern haben wir noch genug, genug Leute, ja, verkaufen oder behalten ist nix. Das bleibt alles so, wie es ist. Der kommt gut hinterher. Ein Bau wurde vollendet. Oh, sehr schön, das Haus. Sehr, sehr gut. Man kann dann in die nächste Familie sozusagen rein, sobald sie dann möchten. Ein Bau wurde vollendet. Yes. Minenarbeiter. Ja, wunderbar. Also jetzt die Sägenmühle muss fertig werden. So. Ist auch schon so ein Drittel, ne, ein Viertel erst. Hätte ich jetzt so weiter erwartet. Aber wir haben ja auch andere Sachen nebenbei gebaut. Aber jetzt ja nicht mehr, jetzt nur noch das. Das heißt jetzt warten. Ein Händler besucht dein Dorf. Ja, genau. Komm einfach vorbei, gib mir zehn Gold und dann bin ich glücklich. Ja. Ich wär's. Ja. Ja. Ja.